Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Nach 30 Sekunden in der Runde. Du musst was tun lernen. Die Hände da unten. Das ist besonders. 20 Sekunden. Ja, genau. Mach die Doppeldeckung zusammen. Bestimm, du bist da. 2, 1, los geht's. Ah ja. Da, du wirst dich vertraut. Das ist toll. Dann hält es noch. Ja, genau. Dann mach nicht die Augen zu vertraut. Ich verkraft dich in die Doppeldeckung, wenn es das schnell geht. Vertraut dich und warte auf deine Chance. Ja, schön. Schau, dass das kurze Distanzhaken rein ist. Das ist kein Problem. Ja, das ist ein Problem. Mach die Doppeldeckung so. Nicht irgendwas. Zu hoch fahren, wenn ich keine sind vom Kinn. Ich kann voll mit dem Kinn schlafen. Gut, dann. Ich lasse mich lange im Scheiß trotzdem arbeiten. Also, 45 Sekunden. 45 Sekunden. Die J-Second. Ich setze mich was zum Körper nach. Haken nicht vergessen. Ja. 30 Sekunden. Keine Sehne-Kontakt-Pose hier Schön vergraben Und dann schlägt er gegen, wenn es nicht möglich ist Rüchte dich an den Rahmen Halt die Distanz nicht so, dass er alles schlagen kann 5, 4, 3, 2, 1 Vorbeigung, Shake Hands Shake Hands Sehne-Kontakt, hinten los Die richtigen Fuß, nicht so, nicht so Und, und Gut Ich werde es auch bei einem Treffer dabei Jetzt zurück zum Start Ich habe den voller, dass mein Stoff ist Nicht so niedrig, das wäre schon eine Verwarnung gewesen Weil ich muss immer über Kürzeln hinzei Wir stellen jetzt mal das Spannende Hör auf den Rückkehrsdienst, nicht in die Ecke Halbzeit Soll die Höhe Schmiss, passt nicht auf die Möbel Oder die Flas fan Oh 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 Die steil Dunkseliert Ja Störfunk 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 Stocher, Stocher, bleib am Stocher. Die Knie strecke und zieh dich vor. Zieh dich rein. Haben wir gemacht. Ja, besser. Ja, und dann warst du ein wenig hinter. Super. Das kannst du gleich, wenn du etwas spielst. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei. Ja, wenn der Treffer dabei ist, dann sehen wir aus. Und Verbeugung. Nach dem Treffer jetzt aufhören. Semi-Kontakt regeln. Los geht's. Schön machen, dein Treffer. Zurückfühle jetzt. Anführungsposition, neu beginnen. Nicht jedes Mal verbeugt. Sehr schön. Wunderbar. Ja, genau, das Stochen geht gut. Jetzt. Oh, die Höhlen ist voll weit weg. Also, die Höhlen ist voll weit weg. Also, die Höhlen ist voll weit weg. Okay, war schon das Bein drauf. Ja, das kannst du mal weitermachen. Ja. Gut, gut. War schon das Bein drauf. Daniel, du musst auf die untere Höhlen aufpassen. Die untere Gerad wird auf außen verriebt. Auf außen verriebt. Andere Hand. Nochmal die Karten bitte. Ja, genau. Ruhe. Das war's gut. Okay, 45 Sekunden noch in der Runde. Okay, schön, schön, schön. Schön, schön, schön. Okay, da war's nicht gerecht. Das ist sehr gut. Dann wieder auf die Höhlen. Und da war's nicht gerecht. Ich mach es nicht. Ich mach es nicht. Ich mach es nicht. und vorbei mit Shake Hands 2, 1, los gehts hinter das Bein Hinten aufsetzen vor das Haken Hinten absetzen vor das Haken Hinten absetzen vor das Haken Auch wenn es eine Minute schleckt So wie es sichert sich ab Eine Minute vorbei Ja, nicht mehr Das werden die Haken gekippt noch nicht Oh schön, schön gemacht Dann nicht einrollen die Haken Geht raus Halbzeit, erste Minute vorbei 40 Sekunden Ja, nix Ah, nix Nix Klasse, ich mach schon, noch weiter Kommen wir jetzt Gute? Ok, dann kommt schon der Klasse Ok? Ja, ja Kommen wir gleich 5 4 3 4 1 2 2 3 2 2 3 4 4 3 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 5 6 6 6 7 9 9 10 10 10 10 10 12 10 9 13 11 16 17 Zehn Sekunden noch! Stopp! Zwei, eins, verbeugung! Los geht's! Genauso! Jawohl! Genauso! 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 Ja, genau! Los! Genauso! 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 Du brauch angreifen, du brauch angreifen. Entschuldigung. Bleib dran. Wie lange noch? Entschuldigung. Aus ist.